Unsere Probanden? Familie Rolle aus Leipzig. Mutter Steffi, Vater Felix und ihre drei Kinder backen heute Brot. Und das nicht zum ersten Mal. Während Corona, wir waren viel zu Hause. Wir haben uns eben dann auch mal die Zeit genommen zu sagen, wir probieren uns jetzt aus. Wir backen was. Sei es jetzt Kuchen oder eben Brote. Und haben uns dahingehend ausprobiert und festgestellt, dass uns das einfach viel leckerer schmeckt. Ich möchte an meine Hände waschen. Aber wie viel kann man sparen im Vergleich zum gekauften Brot vom Bäcker? Familie Rolle testet für uns. Die klassische Brotbackmischung und die Zubereitung mit frischen Zutaten. Los geht's mit der Fertigmischung aus dem Supermarkt. Die Preisspanne ist dabei riesig. Je nach Qualität und Brotart kostet die Backmischung zwischen 60 Cent und 20 Euro. Die Grundzutaten sind gleich. Mehl, Salz und Hefe. Die Zubereitung kinderleicht. Wasser dazugeben, Teig kneten, gehen lassen und 40 Minuten backen. Dann ist das Tütenbrot fertig. Aber... Um ehrlich zu sein, könnte ich jetzt hier nicht sagen, was hier alles drin ist. Ich meine, wir haben drei Kinder und es ist uns schon wichtig zu wissen, was geben wir den Kindern, wovon ernähren wir uns. Ist das gesund? Ja, und schmeckt's vor allem. Dennoch, wer sich für eine günstige Backmischung für nur 60 Cent entscheidet, der kann sparen. Denn ein Laib Brot kostet beim Bäcker momentan zwischen 2 und 5 Euro. Bedeutet, gute 4 Euro können wir einsparen. Und das sind satte 80 Prozent. Wenn die Preise für Backwaren in Zukunft steigen, kann Familie Rolle mit der Fertigmischung sogar noch mehr sparen. Während die Backmischung im Ofen ist, schauen wir uns die Alternative zum Fertigbrot an, die frische Zubereitung. Dafür besucht Reporter Micha Habig, einen der ersten Brotsommeliers Deutschlands. Ralf Gieselmann aus Nordrhein-Westfalen benutzt für sein Brot ausschließlich frische Zutaten. Kein Wunder, dass die der Fertigbackmischung ihm sauer aufstoßen. Bis auf übliche Dinge, die auch in der Handwerksbäckerei zu finden sind, haben wir hier Diphosphate, Natriumcarbonate und Sorbitmono ist ihr Rat. Also es ist eigentlich so ein Chemiebaukasten so ein bisschen. Blutet dem Bäcker das Herz? Ja, das ist schon eine krasse Sache. Also wir lernen ja tagtäglich mit den Mehlen umzugehen, wie man die kneten muss, wie man sie behandeln muss, wie viel Liebe und Zeit auch in so einem Brot steht. Das machen wir ja gleich auch noch. Und hier rotzte das Zeug eigentlich einfach nur zusammen. Das ist schon eine andere Nummer. Die Chemikalien in den Fertigmischungen sorgen dafür, dass das Brot schon noch ein paar Minuten in den Ofen kann. Heißt, sie verkürzen die Zubereitungszeit, aber viele Menschen vertragen sie nicht und bekommen Blähungen. Wie gut, dass wir auch frisches Brot ganz ohne Fertigmix selber backen können. Damit das gut gelingt, kommen jetzt fünf Tipps vom Profi für alle Heimbäcker. Hallo, Herr Hengüttchen. Die Frage, kann man da warten? Moment. Die Zutaten für das frische Do-it-yourself-Brot sind übersichtlich. Wasser, Hefe, Salz und Mehl. Vor allem Letzteres spielt eine wichtige Rolle. Tipp Nummer eins, im Supermarkt beim Mehl nicht geizig sein. Denn je hochwertiger der Rohstoff, umso leckerer das Ergebnis. Wir haben hier den Urknaller, so nenne ich ihn, weil dort drei Urgetreiden drin sind. Dinkel, Emmer und Schweizer Ruchmehl. Sie haben hier das Emmermehl mit ein bisschen Hefe und Salz. Das bekomme ich auch ganz normal im Supermarkt? Emmermehl müsste mittlerweile eigentlich in jedem gängigen Supermarkt zu finden sein. Das ist wahrscheinlich dann teurer als normales Mehl. Oh, deutlich teurer. Aber es ist halt für den Handwerksbäcker ein ganz tolles Getreide, um ganz andere Geschmacksnuancen und auch ernährungstechnisch ein wertvolles Brot zu backen. Und dieser fermentierte Teig, der wird hier quasi nur vermischt zu einem festen Vorteig. Zwischen drei und zehn Euro kostet das hochwertige Emmermehl pro Packung, das sich vor allem für dunklere Brote gut eignet. Super Sparfüchse bekommen ein günstigeres Mehl auch schon für rund 80 Cent pro Packung. Wer sein Brot feuchter mag, sollte das Mehl vor dem Vermengen aufkochen. Dadurch nimmt es viermal so viel Wasser auf. Anschließend das Wichtigste, der Teig braucht Zeit und Ruhe, um aufzugehen. Mindestens einen Tag. Je länger man den Teig ruhen lässt, ihn fermentieren lässt, ihm Zeit gibt es sich zu entwickeln, werden die nicht so gut verdaubaren Zuckerstoffe abgebaut und das Brot wird umso verträglicher. Das hat auch dann gar nichts mehr mit Weizen, Dinkel oder sonstiges zu tun. Und mit Gluten auch nicht. Und mit Gluten auch nicht, weil je länger man den Teig ruhen lässt, umso bekömmlicher wird nachher das Brot. Nach 24 Stunden sieht das Ganze dann so aus und muss nochmal richtig durchgeknetet werden, für mindestens 15 Minuten. Normal hat man das früher gemacht, hat man den Teig immer auf den Tisch und immer wieder auf den Tisch geschmissen, wieder hochgenommen, wieder auf den Tisch geschmissen. Also das war ein richtiger Kraftakt. Backen ist auch definitiv ein Beruf, den kann man nur mit Leidenschaft machen. Also das ist, aber ich finde, wenn man ein Brot backt, das ist so was Elementares, so wie ein Hausbaum oder ein Baumpflanzen. Tipp 4, den Teig richtig gut kneten. Damit das Brot am Ende auch gelingt, muss die Masse vor dem Backen eine klebrige Konsistenz haben. Das garantiert, dass der Leib fluffig wird und auch auf die richtige Form kommt es an. Okay, so jetzt pass auf. Erstes Lehrjahr, erster Tag. Jetzt fängst du an und schlägst das obere nach innen, dann drehst du es um ein Viertel und klappst wieder ein. Jetzt drehst du es um ein Viertel und klappst es wieder ein. Und langsam wird es, vielleicht ein bisschen weniger wie ein Viertel und langsam, guck mal bei mir, wird das langsam rund. Gut, siehst du das? Und der Bäcker macht das natürlich nicht mit den Fingern, sondern er macht das natürlich dann mit dem Handballen. Natürlich. Das ist doch, aber... Das ist schon nicht so schlecht. Ja. Guck mal es auf. Sieht eigentlich ganz einfach aus. Das Brot zu einem Briefumschlag falten. Bei Familienvater Felix Rolle klappt das nicht so dolle. Das war die Briefumschlag, die nicht so ganz geklappt hat. Können wir es nicht einfach so drauf machen? Ich glaube, es kommt auf den Geschmack drauf an, nicht aufs Aussehen. Das denke ich auch. Also ab in den Ofen. Und zwar in einem Topf, den Felix als Backform benutzt. Keine gute Entscheidung, wie sich noch zeigen wird. Ralf Gieselmann gönnt seinem Teig dagegen noch einen weiteren Tag Ruhe. Das soll das Brot noch bekömmlicher machen. Dann backt er es auch für 40 Minuten. Das Ergebnis kann sich sehen und vor allem hören lassen. Aber jetzt alleine schon das Geräusch jetzt. Hör genau hin. Oh. Das war schon gut, ne? Aber es riecht auch echt gut. Viel Zeit und hochwertige Zutaten. Das hat sich gelohnt. Aber wie sieht es bei Familie Rolle in Leipzig aus? Bisher haben sie ausschließlich Fertigmischungen verwendet. Heute bereiten sie ihr Brot zum ersten Mal frisch zu. Ganz wie Bäcker Ralf Gieselmann. Völlig ohne Konservierungsstoffe. Die Kosten für die Zutaten gehen schon bei einem bis zwei Euro los. Damit ist nicht nur die Backmischung, sondern auch das frische Brot günstiger als das vom Bäcker. Auch hier können wir bis zu vier Euro, also bis zu 80 Prozent, sparen. Nach 40 Minuten kommt das Selfmade-Brot zwar aus dem Ofen, aber nicht so richtig aus dem Topf. Beim nächsten Mal den Topf besser vorher einfetten. Zum Glück zählt heute aber nicht die Optik, sondern der Geschmack. Und was sagt Familie Rolle dazu? Welches Brot kommt besser an? Kandidat 1, das frisch zubereitete Brot. So, ich nehme mir mal so ein Stück mit. Oh, das ist herrlich. Also richtig frisch und so diese Wärme, die dann hochsteckt. Der Mann ist so hart. Der ist super. Knusprig, auch nicht zu trocken innen drin. Also richtig saftig, lecker. Sie sollten bloß beim nächsten Mal eine andere Frone. 1 zu 0 für das frische Brot, in dem rein natürliche Zutaten, aber auch viel Zeit stecken. Dagegen steht die Fertig-Backmischung mit Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern. Das Urteil? Ich finde es schön knusprig. Knusprig und vollmundig. Also es macht satt. Hört sich nach Gleichstand an. Günstig in der Herstellung sind beide. Die Backmischung noch etwas mehr als die frischen Zutaten. Welches Brot kommt in Zukunft bei Familie Rolle in die Röhre? Ich würde mich nach unserem kleinen Backexperiment für das selbstgemachte Weizenbrot entscheiden. Das hat nur 5 Zutaten, das ist selbstgemacht und es schmeckt einfach. Also mir fällt die Entscheidung sehr schwer, weil die geschmacklich beide was haben. Aber wenn ich jetzt bedenke, dass ich hier einfach mal 18 Stunden vorher das alles ziehen lassen muss und ich mir jetzt das Endergebnis anschaue, ich würde mich wirklich eher für die Backmischung entscheiden, weil die sich besser in unseren Alltag integriert. Bei der Wahl des richtigen Brotes kommt es also nicht allein auf den Geschmack an. Fest steht, mit selber backen lässt sich ordentlich sparen. Brot aus Fertigbackmischungen gibt es ab 60 Cent. Brot mit frischen Zutaten ab einem Euro. Beides günstiger als das Bäckerbrot. Noch ein Tipp von Bäckermeister Geiselmann. Für die Aufbewahrung empfiehlt er weder Brotbox noch Tongefäß. Er wählt eine herkömmliche Mikrowelle. Damit des Deutschen liebstes Lebensmittel trocken und frisch bleibt.